So, moin und herzlich willkommen zurück bei die Veneti 2, Eko Draconis mit mir dem Mr. Meensens LP und Shibanner der Drachenretterin und packt doch das Schwert ein. Mein Gott, das ist so unhöflich. So, da unten zu den Gegner. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen wollten. Ich glaube, wir wollten hier runter... Ah! Oder runterspringen. Und schreien. Schreien gehört nämlich immer zu einem guten LP. Die Gegner hier oben missfällt mir. Den muss ich eigentlich mal gleich direkt mal runterprügeln. So gelootet hatten wir das hier. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ich muss dir mal ganz kurz die Hölle heißen machen hier. Das geht nicht. Das ist mein Duftraum. Verstanden. Oha. Ich hätte Ballisten übrig gelassen. Wie doof bin ich denn heute? Nein, halt. Gar nicht heute. Aua. Aber wir regenerieren uns wie so ein Blöder. Aka, wie so eine Blöde. Ach, ich benutze übrigens ab jetzt auch tweetigt. Das heißt, ihr könnt mir auch, wenn ich, ich schreibe dann ab und zu, könnt ihr euch auch mal vielleicht lesen euch mal auch mal eure Tweets vor. Wie gesagt, äh... Hanuken! Okay, das geht ziemlich ins Leere. Bevor es euch wiederkommt, dass ihr seid gestorben, das Spiel ist vorbei. Bin ich einfach so schlau und, ne? Lad einfach mal. So. Noch mal das Ganze. Hanuken! Das war noch ein bisschen dümmer. Na gut. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, gell? Das schneide ich jetzt schön nach Hause. Das ist... Hm. Gut. Aaaaaaah! Alter. Ich bin so gut. Kriege ich mal... Kriege ich mal die Gegner rein. Kann ich mir eigentlich noch irgendwelche Dachten zu denen angucken? Ich weiß nicht, welcher ist denn besser? Äh... Schnapp sie dir! Das ist auch cool. Ohaah! Zwei-Händer-Action! So. Ist also klar, dass wieder irgendeiner... Hast du da jetzt gerade so gekrittelt oder war ich das? Und dann ist das nur so... Das ist vor allem so cool, wie das hier rum ist. So, oh, hier ist ja nix los, ne? Oh, Alter, die Sichtrange. Aber die können... Ne, mit war. Hadouken... Hadouken wäre ein Feuerball. Ich kann jetzt ins Schoryuken schreien. Hab ich schon erwähnt, dass ich Leute wie dich hasse. Den Einhof groß machen und dann immer... Na, na, na. Was ist das für Benehmen hier? Greifst du einfach andere Leute als Haustier an? Sag mal, was ist denn das für ein... Schlimme denn? Diese Untoten, kein Benehmen mehr heutzutage. Nachricht. Oh, voll der Drehschlag in der Luft. Ja, ich muss sagen, mein Begleiter kriegt eigentlich gut auf die Fresse. Hier. Ja, ich mach jetzt mal hier ein bisschen... ...vollbrannte Knochen. Aber gegen so wenige, solange das nicht so welche Leute... ...nicht also nicht so Heinzens sind, die ja wirklich... ... ihre 30 Zauber die Sekunde rausschießen. Geht das eigentlich ganz gut, ne? Vom Gegner-Handling. Aber auch unsere Regeneration ist die geil, Alter. Oh, ist die herrliche. Oh, die fliegen auch so schön. Das Umschmeißen echt gut. Gut, dass ich das damals geskillt habe. Na gut, warte mal. Welches Level bin ich? 31. Es wäre ja auch ziemlich peinlich, wenn ich jetzt keine Level 26er niederkriegen würde. Also das würde mir wirklich ziemlich zu denken geben. Warte mal, Moment. Ihr seht... Oh, die Regeneration geil. Etwa zwischendurch. Echt, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, um sich zu regenerieren. Echt gut. Oh, ey. So, das wenigstens ist... Das Schönste ist auch, dass die Bogenschützen hier kein Auto-Aim haben, wo der Pfeil dann einfach mal 5 Meter nach links schiebt und dich killt. Oh, ne Kiste. So. LUTEN! Lutastische Kisten. Gewandtheit. Oh. Werd ich wahrscheinlich nie benutzen. Für meine Sammlung. Aber, uh. Und warum ich vorhin direkt geladen habe, ich glaube nämlich nicht, dass das da unten so angenehm ist, um das euch mal so zu demonstrieren. Ist bestimmt hier auch nicht angenehm in Rüstung rumzulaufen, sondern so ein bisschen Sommerkleidung tut bestimmt gut. Außer man läuft im Skelett über den Weg. Dann könnte das sich nicht ganz so gut anfühlen. Mann, warum habe ich denn so gute Laune heute? Wie eine Laune. Nein, ich habe vorher nicht Sven-Fed gehört. Aaaaaah! Ja, Hadouken! Noch nicht. Ich weiß nicht. Einmal habe ich gelesen, Hadouken ist, was Leute wegschleuten, aber gesehen, Streetfighter war es nur so eine Feuerballattacke. Hätte ich doch nur den Feuerballon damals als Zauber geskillt und nicht jetzt wirklich Hadouken schreien können. Ich schreie es auch so. Ah. Juckt ganz schön, gäh. Hast ewig nicht mehr geduscht. Passt ja genau hierhin. Oder hast du trockene Haut? Ich könnte dir Hautcreme empfehlen. Ich gehe mir nachher mal Barbatos fragen, ob er vielleicht ein bisschen Hautcreme für dich anfertigt, ne? Ich meine, so tote alte Haut, die könnte schon mal ein bisschen schuppen. Ist der gerade aus dem Boden geklettert, die Sau? Camper! So, Camper an die Wand. Oder auf dem Boden. Boah, das sieht auch geil aus. Wenn man dieses Spiel jetzt nochmal in 2013 Grafik macht, würde es ordentlich fressen. So, wir haben jetzt die Insel einmal umrundet, ne? Sieht so aus, da kamen wir her. Dü, 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 dü. So, ne, kommt ja hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass das Lied, was in den Obershörden kommt, wenn man als Sache rumfliegt, dass das Fly Dragonfly heißt. Ach stimmt. Ja, ich weiß jetzt auch wieder, warum ich die Viecher am Leben lassen habe, wenn ich nicht weiß, auf welcher Insel. Ich glaube, das hat man nicht gemacht, wenn ich nicht weiß, welche Insel ich schon abgeklappert hatte. Weil die Ballisten sind schon so echt ein bisschen gratis, eh. Das muss man doch echt zugeben. Hier einfach mal ein bisschen Drachenzäum ablassen, ne? Du bist sowieso gleich mal ruhig hier. Schnauze. Du, äh, kannst die Chance nicht halten, schließlich nur eine Balliste. Bipipipipipi, target the quad. Es erinnert mich tatsächlich an mich daran. Renn. So. Möge der Knochen nie mit dem Kopf fallen, er könnte eine gefährliche Schädelverletzung davon tragen. Ist es noch ein Brutstätten-Turm, oder? Warum lag ich eigentlich so viel Schmann und Bullshit nehmen? So, mach mal erst die große Dicke hier, oder erst die... What the fuck? Da war doch nicht mal eine Wand. Und warum ist mein Bildschirm nicht rot geworden und... Ach! Hat er wahrscheinlich einen Herzinfarkt von vielen Rauchen. Daran wird's gelegen sein. Normalerweise wird der Bildschirm ja rot und man sieht es. Mein Gott. Shyvana, hör auf zu rauchen heimlich. Sag's mir lieber gleich, denn... Weiß ich ja, womit ich zu rechnen hab. Mein Gott, ey. Habe ich jetzt irgendwie gerade einen fetten Schreck gekriegt. Da, fuck up! Ich muss mich gerade zurückhalten, nicht mal mehr Bildschirrits rauszuhauen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin gerade richtig in der Stimmung, irgendwelche richtig grottigen... Also wirklich grottigen Arten zu machen. Ansonsten wäre ich scheiße. Ja, uff. Welcher... Welcher Dämon ist aber nicht gut war? Es ist doch nichts Besonderes passiert oder so. Es ist einfach so. Süß. Wirkt alles so schön klein. Okay, wir wollten... Ach! Jetzt sehe ich die Barriere auch. Seht ihr sie? Fast unmerkbar. YouTube wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu sehen. Ich flieg mal so schräg, dann sieht man sie ein bisschen. Da. Ich könnte mich jetzt natürlich wieder... Äh... Im Cheater-Style einfach rein... Äh, drüber fliegen und runterfallen lassen. Okay. Nur... Just for the record. Ja, okay. I'm out of here. Hätte mir schon gedacht, dass da nicht allzu viel Gutes ist. Da müssten wir schon ordentlich was stehen. Na, ah, 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 ah. Gut, in dem Fall lässt sich wahrscheinlich das Ding einfach auf einer anderen Insel deaktivieren. Weil unmöglich reinzukommen, ist es nicht. Ah. So, wir sind auf dem Radar jetzt mal gerade ganz gediegen. Wir haben ein paar Feine. Kann ich in der Mini-Map gucken, was das sind? Ne, schade. Wäre ein bisschen, äh, overpowered. Ziemlich hohes... Gross. Nicht, dass wir jetzt hier den Zecke einfangen. Ähm... Schnapp sie dir! Wer hat aus der Hölle? Ausnahmsweise auch mal wieder... Platten-Drache. Hm, ne. Der ist echt Platten-Drache. Oh Gott. Der Platten-Drache, muss ich sagen, der ist echt Platten-Drache. Hm, lustig. So. Auf. Auf, meine Kameraden. Lasst uns ehrenhaft sterben. Und da sind noch genau schon wie dieses Gesocks, was ich nicht abkann. Oh. Ich kann nicht. Oh, wir haben wieder den Buggy-Sound. Sag mal, gehst du! Stopp! Ich bin schwer verletzt. Ich, äh, finde Feststacken ist ein super geiles Feature in dem Spiel. Erstens habe ich mich nicht gesehen, zweitens bin ich irgendwo festgestackt gewesen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich sag euch, als Magi hätte ich dieses Spiel dreimal so schön gespielt. So, was gehen wir mal hierher? Vielleicht kommen die ja her. Na, ist das so berechnbar und dumm. Genau wie ich. Erinnerung mich. Aber sie ist mir warm. Ist das so... Ist das so... Auch das ist ein... Ja. das Graz und stimmten mit den Nutzen und schlechten Sprüchen auch im Scheiß sei hier habe ich ja mal war ein oder hier war die beliebt aber das tut es gibt sie nach mal wieder Magier er war wieder Magier Equipment das kann ich ja wieder brauchen wie sonst was schwer verletzt jeden Scheiß bist du schwer verletzt ich habe hier erste Hilfe Kitzel verbunst dabei schön wäre mal ganz toll wenn die Scheiß Attacke auch irgendwann mal ausführst ein zweiter Versuch bei dem sie nicht klappt ich könnte jetzt einen Trank vertragen bin sowieso tot bevor der wirkt ja klar ich hätte nicht alle auf einmal kiten sollen definitiv nicht ach ja bevor ich jetzt auf ok drücke der BlueFox macht sich äh ich muss mal den Blaufox sagen der macht sich hier über mich lustig das geht ja hier schon wieder gar nicht ja ja du du nur weil du nur weil Geralt cheatet hier mit seiner Eisenhaut und seinem zehnfachen Reaktionsgeschwindigkeiten ja das ist jetzt voll die Ausrede meine Gegner sind viel cooler und viel realistischer und Tobakin meine Frau kann wenigstens stöhnen ich bin schwer verletzt wenn auch nur für Schmerz oh meine Kreatur hat es mir schon zerfetzt I'm out of here my people need me so jetzt habe ich eindeutig was geleistet es ist ja nicht so dass wir nicht abhauen könnten aber Hassanfälle auf diese Heiler au ja 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 ich weiß doch ganz genau dass ihr mich da nur wieder runterkicken wollt ich kenn euch doch das Problem ist ich kann nicht magiegeschossen schlägen 20.000 zaubern ausweichen und angreifen und Karstead fucking spell ihr könnt könnt ihr euch eigentlich alle heilen ich hasse es langsam aber sicher ich bin schwer verletzt vielleicht hätte ich den Sprungangriff maske sollen dann hätte ich dauerhaft über Dom schmeißen können vor allem die geben auch so EP als wäre nix nix XP aber in der Masse wieder auf einen Ruf gehen Masse statt klasse Damian du hast es erfasst das Prinzip ey der tut geh mal weg mit deinem Boonhammer da au 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 ich nehme alles zurück scheiß Bogenschützen ich bin schwer verletzt Explosivpfeile sind OP ich habe doch kein Juggernaut hätte ich anders skillen müssen für ja